Wenn man in die Programmierung einsteigt, hört man direkt zu Beginn immer wieder vom wichtigen Konzept der Datentypen. Warum dieses Konzept so wichtig ist und mit welchen Datentypen die Werte in deinem Programm intern gespeichert werden, wirst du in diesem Video lernen. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Hendrik und das ist der fünfte Teil unseres Python-Crash-Kurses. Nachdem wir nun im letzten Video das Konzept von Variablen kennengelernt haben, soll es in diesem Video direkt mit einem anderen sehr wichtigen Konzept weitergehen. Und zwar werden wir uns nun dem Thema Datentypen widmen. Das Video ist hierfür in zwei Themenblöcke aufgeteilt. Zunächst werde ich dir mal die Problemstellung aufzeigen, wieso der Computer das Konzept von Datentypen überhaupt benötigt. Du wirst danach also verstehen, wieso Datentypen überhaupt existieren. Und im Anschluss daran wirst du dann im zweiten Teil des Videos die Basisdatentypen Integer, Float und String kennenlernen. Beginnen wir also zunächst mal damit zu verstehen, wieso der Computer Datentypen benötigt. Im dritten Video dieses Kurses hatte ich die Problemstellung bereits kurz angeschnitten. Und zwar hatten wir in dem Video gelernt, dass man auch auf Strings den Plus-Operator anwenden kann. Wenn man also beispielsweise eine Print-Funktion hat und hier jetzt sagen wir jetzt mal einen String drin hat, den nenne ich jetzt mal String, und dann eben den Plus-Operator anwendet auf diesen String und dann als zweiten String quasi nach dem Plus-Zeichen noch irgendeinen weiteren String hinschreibt, den nenne ich jetzt mal Verkettung, dann sorgt das Plus-Zeichen, der Plus-Operator jetzt dafür, dass diese beiden Strings miteinander verkettet werden. Wenn ich das Programm also ausführe, sehen wir, die beiden Strings werden aneinander gehängt. Der String, der also rechts vom Plus-Operator steht, wird an den String, der links vom Plus-Operator steht, direkt angehängt. Wenn man den Plus-Operator jetzt aber hingegen zwischen zwei Ganzzahlen aufruft, dann werden diese nicht miteinander verkettet, sondern stattdessen werden sie miteinander addiert. Mal angenommen, wir schreiben jetzt hierhin Print 10 plus 3. Dann sieht der Computer jetzt in diesem Fall, ah ok, hier wird die Print-Funktion aufgerufen. Dann guckt er sich an, was er printen soll. Dort steht jetzt kein einzelner Wert, den er direkt ausgeben kann, sondern stattdessen ein Term, welchen man in der Programmierung auch als sogenannten Ausdruck bezeichnet. Und deshalb wird dieser Ausdruck jetzt zunächst einmal ausgewertet, sodass am Ende nur noch ein Wert als Ergebnis übrig bleibt, der dann eben ausgegeben werden kann. In dem Fall wird jetzt einfach der Ausdruck 10 plus 3 ausgewertet. Das bedeutet, die Addition wird durchgeführt, es wird 10 plus 3 intern gerechnet. Dann kommt als Ergebnis 13 raus und die 13 wird dann als Ergebnis durch die Print-Funktion auf der Konsole ausgegeben. Wir können das mal ausführen und wir sehen, die 13 wird tatsächlich ausgegeben. Anhand dieser beiden Beispiele sieht man jetzt sehr gut, dass Operatoren eine ganz unterschiedliche Funktionalität haben können, je nachdem, auf welchem Datentyp sie aufgerufen werden. In anderen Worten, intern prüft der Computer, bevor er eine Operation durchführt, immer zuerst, welche Datentypen die Operanten haben. Also im Fall vom Plus-Operator ist der erste Operant eben der Wert, der vor dem Plus steht. Also entweder hier dieser String, der vor dem Plus steht oder hier diese Ganzzahl 10, die vor dem Plus steht. Und der zweite Operant ist der Wert, der nach dem Plus steht. Also entweder hier dieser String in diesem Beispiel oder in diesem Beispiel hier unten die 3. Und je nachdem, welche Datentypen die beiden Operanten jetzt haben, weiß der Computer dann ganz genau Bescheid, wie er auf diese Operanten den Plus-Operator anzuwenden hat. Und so ist eben sichergestellt, dass immer die korrekte Operation durchgeführt wird. Was passiert jetzt beispielsweise, wenn wir eine Zahl mit einem String addieren möchten? Also wenn wir beispielsweise hier unten einfach mal hinschreiben, Print 10 Plus und jetzt zum Beispiel String. Dann stellt der Computer jetzt quasi intern fest, wenn wir das Programm ausführen, dass der eine Operant den Datentyp einer Ganzzahl aufweist und der andere Operant den Datentyp String aufweist. Wenn wir das Programm jetzt einfach mal ausführen, dann sehen wir, uns wird ganz viel rot angezeigt. Es kam nämlich in diesem Fall zu einem Fehler. Und Python sagt uns jetzt auch, was für eine Art von Fehler hier aufgetreten ist. Und zwar in diesem Fall ein Type Error. Und zwar Unsupported Operant Type vor. Und dann eben steht hier Int and Str. Was Int und Str bedeutet, das wirst du dann gleich noch im Detail erfahren. Überlegen wir uns vorher aber nochmal kurz, was intern jetzt passiert, wenn man dieses Programm ausführt. Der Computer versucht in dieser Anweisung hier, also wenn er hier angelangt ist, von beiden Operanten den Datentyp zu ermitteln. Und dabei erkennt er dann, okay, beide haben einen unterschiedlichen Datentyp. Er weiß jetzt also nicht, wie er den Operator, den Plus-Operator in diesem Fall, auf diese beiden unterschiedlichen Datentypen korrekt anwenden soll. Weil eine Zahl mit einem String zu addieren, das macht jetzt nicht wirklich Sinn. Also soll hier eine Addition durchgeführt werden oder soll das verkettet werden? Naja, der Computer kann es selbst nicht entscheiden. Und deshalb sagt er uns Programmierer, hey, hier bin ich überfordert an dieser Stelle und antwortet uns deshalb mit so einer Fehlermeldung, die wir hier gerade sehen. Fassen wir also die Problemstellung nochmal ganz kurz zusammen. Der Computer benötigt intern zwingend das Konzept von Datentypen, damit er Werte, mit denen er arbeiten soll, mit Hilfe dieser Datentypen kategorisieren kann, sodass er dann anhand des entsprechend vorliegenden Datentyps immer gleich weiß, welche Operation er darauf wie anwenden muss. So weit, so gut. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, welche Datentypen denn jetzt konkret existieren? Schon mal vorab, in Python gibt es zahlreiche unterschiedliche Datentypen. Wir werden in diesem Video jetzt drei Stück davon kennenlernen, und zwar Datentypen, die zu der Gruppe der Basisdatentypen zählen. Das sind also Datentypen, die uns von Python von vornherein schon zur Verfügung gestellt werden, damit man mit dieser Programmiersprache direkt von Beginn an schon vernünftig arbeiten kann. Neben den Basisdatentypen kann man sich dann später aber auch selbst Datentypen zusammenbasteln, was wir aber in späteren Videos dann noch genauer beleuchten werden. Der erste Datentyp, den wir jetzt hier mal kennenlernen möchten, ist der Datentyp int. Das haben wir ja zuvor auch schon in der Fehlermeldung gesehen, denn dort stand ja hier, wir sehen es hier unten noch, auch dieses int. Und dieses int, das steht jetzt im Prinzip für Integer. Ich kann hier also einfach mal einen Kommentar hinsetzen, int, und dann schreibe ich hin, das steht für Integer. Alle Ganzzahlen, die du jetzt in deinem Python-Programm erzeugst, die werden immer basierend auf diesem Datentyp Integer gespeichert. Wenn wir also zum Beispiel mal eine Variable machen, die nenne ich jetzt mal Integer-Variable, ist gleich 100. Ich weise dieser Variable also einen Ganzzahlwert zu, Ganzzahl deshalb, weil hier eben kein Dezimalpunkt dabei ist, also kein Komma. Dann bedeutet das, dass jetzt dieser Wert hier, 100, intern als Integer abgespeichert ist. Und hier auch direkter Hinweis, es gibt eine Namenskonvention, das bedeutet, wenn du einen Variablen-Namen hinschreiben möchtest, der aus mehreren Wörtern besteht, da macht man das im Python in der Regel so, dass man die zwei Wörter dann mit einem Unterstrich quasi voneinander trennt. Wenn das jetzt hier noch mehr Wörter wären, Integer-Variable 1 beispielsweise, dann würde man eben noch einen Unterstrich machen. Ich sage das nur dazu, weil in anderen Programmiersprachen, beispielsweise in Java, da benutzt man eine andere Schreibweise, da würde man sagen, nicht Integer-Variable, sondern Integer und dann Variable mit einem großbeginnenden v. Aber im Python ist wie gesagt die Konvention, dass man das so macht, mit einem Unterstrich. Du kannst es auch wie gesagt anders machen, aber der normale Python-Programmierer macht das eigentlich so. So, neben Integer gibt es jetzt auch noch den Datentyp float. Dieser Datentyp fasst ebenfalls Zahlen, aber im Gegensatz zum Datentyp Integer keine Ganzzahlen, sondern eben Gleitkommazahlen. Alle Gleitkommazahlen, die du in deinem Python-Programm also erzeugst, also alle Zahlen, bei denen ein Dezimalpunkt dabei steht, werden basierend auf dem Datentyp float gespeichert, was man im Übrigen so schreibt. Und man spricht es auch genauso aus, wie man es im Prinzip schreibt. Und da könnten wir uns jetzt auch mal hier eine float-Variable anlegen. Die nenne ich direkt mal float-Variable. Und da möchte ich jetzt mal einen Wert drin speichern, der auch intern wirklich als float gespeichert ist. Und dazu muss ich eben eine Zahl hinschreiben, wo der Dezimalpunkt hier dabei ist. Zum Beispiel 13,734 nehme ich jetzt einfach mal. So, und dann gibt es auch noch den wichtigen Datentyp str. Und das steht für String. Wie man so einen String erzeugt, das hast du ja bereits ausführlich im dritten Video dieser Tutorial-Reihe kennengelernt. Auch hier noch mal kurz als Erinnerung. Wir könnten mal eine Variable machen, die nenne ich String-Variable1. Und da sage ich jetzt, das ist ein String. Also du kannst es entweder ein String definieren, indem du diese doppelten hochgestellten Anführungsstriche machst. Oder aber du kannst auch sagen String-Variable2 beispielsweise. Und man kann es genauso auch mit einfachen hochgestellten Anführungsstrichen machen. Das ist ein String. Damit hast du genauso einen validen String. Fassen wir also zum Ende noch mal kurz zusammen. Egal welchen Wert du in deinen Python-Programmen verwendest, intern liegt diesem immer irgendein Datentyp zugrunde. Das muss so sein, denn ansonsten könnte der Computer mit dem Wert nichts anfangen, da er diesen nicht verwerten könnte. Bei Ganzzahlen ist das der Datentyp int, also Integer. Bei Gleitkommazahlen ist das der Datentyp float. Und bei Strings ist es der Datentyp string, was du ja hier jetzt gerade im Prinzip kennengelernt hast. Und das war jetzt dieses wichtige Konzept der Datentypen, was ich dir mit diesem Video direkt mal vermitteln wollte. Ich weiß, es wirkte zu, als hätten wir nicht wirklich etwas Neues gelernt, weil wir eigentlich jetzt nicht mehr programmieren können. Weil Python hat es ja im Prinzip davor schon automatisch für uns immer gemacht. Nur, du weißt halt jetzt, was intern passiert. Und das ist wichtig, vor allem dann für spätere Videos. Soviel zu diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, gib uns einen Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und abonniere unbedingt den YouTube-Kanal, damit du keines unserer Python-Videos in Zukunft mehr verpassen wirst. Das war's. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.